Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da eingeschaut habt und in diesem Video geht es mal um meine persönlichen Top 3 Alcoins. Deshalb bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und vergesst natürlich nicht die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos dieser Art mal zu verpassen. Ich bin gerade dabei, Daily Uploads zu machen, deshalb lasst euch auch mal gerne ein Like da. Falls ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde versuchen, jeden Kommentar zu beantworten. Und dann noch mal ganz kurz Werbung in eigener Sache, nämlich hier meine kostenlose Telegram-Gruppe, wo ich News, Tipps und Signale poste. Vor einigen Dank haben wir auch hier ein sehr, sehr krasser Coin-Tipp. Ich habe auch Signale gepostet, hier mehrere News. Deshalb würde ich euch gerne empfehlen, mit dem ersten Link in der Videobeschreibung oder mit dem angebunden Kommentar in der Kommentarsektion in meine kostenlose Telegram-Gruppe beizutreten. Wir sind fast 10.000 Member, genauer gesagt 9.895 Member. Wäre krass, wenn wir mit diesem Video hier auf jeden Fall mal auf die 10.000 Member kommen. Dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lange drum herum und jumpen direkt rein hier in das eigentliche Video und schauen uns hier diese Crypto-Bubble-Map an von der gesamten letzten Woche. Wir sehen hier Bitcoin plus 6,3% gestiegen in der letzten Woche Ethereum plus 11,2%, BNB plus 4,9%, dann haben wir hier Solana mit 2,4%, ADA also Cardano mit 37,1%. Wir haben hier auch Dogecoin mit 10,3%, XRP mit fast 40%, genauer gesagt 36,3% und einigen von diesen genannten Coins sind auch hier in diesem Video enthalten. Deshalb bleibt gerne bis zum Ende dran. Dann gehen wir hier nochmal ganz kurz auf diese Crypto-Heatmap. Könnt ihr euch auch nochmal hier genauer anschauen. Das ist jetzt vom letzten Tag, das ist von den letzten 24 Stunden. Können auch hier jetzt mal auf die gesamten letzte Woche gehen oder hier in der gesamten letzten Stunde. Dann schauen wir uns einmal hier ganz kurz den Bitcoin-Charter an. Wir sind hier bei 99.659 Dollar rejected. Haben leider nicht die 100.000 Dollar angetestet. Wegen nicht mal, zeichne ich auch einmal hier ganz kurz ein, wegen nicht mal 0,3 oder nicht mal 0,35%, nicht mal 0,4%. Haben hier eine kleinere Korrektur hinterlegt von genauer gesagt 5%. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Tagen bis in den nächsten Wochen hier auf jeden Fall die 100.000 Dollar Marke antesten werden. Falls wir das schaffen oder falls ich hier einen Trade öffne. Wie gesagt, kommt gerne mit dem ersten Link in der Videobeschreibung oder mit dem angebildeten Kommentar in der Kommentare-Sektion. Gerne meine kostenlose Telegram-Gruppe, da poste ich alle meine Trades. Wenn ich hier auch einen Bitcoin-Trade öffne, werden die Leute in der Telegram-Gruppe auf jeden Fall auch Bescheid kriegen. Dann schauen wir uns einmal hier ganz kurz Dogecoin an, das mittlerweile bei 0,4 Dollar steht. Und auf Platz 3 meiner Favoriten Altcoins gelandet ist, weil wir auch hier in der letzten Woche einen enormen Bullrun hinterlegt haben. Wo wir vom 11. Oktober hier bis zum 27. November einen Kursanstieg von 362%, was extrem krass ist. Deshalb hier mal Dogecoin auf meiner Platz 3 meiner Favoriten Altcoins zurzeit. Platz 2 ist hier XRP. Dafür gehe ich auch einmal hier auf CoinMarketCap, gehe hier auf Alltime. Und XRP steht aktuell bei 1 Dollar und 48 Cent. Haben auch hier bei XRP einen sehr, sehr krassen Kursanstieg hinterlegt. Hier vom 5. November bis hier hoch zum 24. November, zeichne ich euch auch einmal hier ganz kurz an. Hatten wir einen Kursanstieg von 220% und somit aktuell auf meiner Platz 2 meiner Favoriten Altcoins. Und jetzt kommen wir zu Solana, was aktuell mein Favoriten Altcoin ist. Steht aktuell bei 241,51 Dollar. Dann schauen wir uns hier auch einmal Solana bei TradingView an. Haben hier auch das Alltime High gebrochen. Steht aktuell bei 241 Dollar. Sind wieder etwas unter dem Alltime High. Aber ich habe es ja auch hier im letzten Video angekündigt. Dazu nehme ich hier nochmal mein Fibonacci Retracement. Gehe hier auf dieses Hoch vom Bullrun und hier auf dieses Tief von diesem Bullrun. Und wir schauen uns hier diese 1,618 auf Fibonacci Retracement Level an. Und was wir, wie ich bereits im letzten Video gesagt habe, auf jeden Fall nochmal antesten werden. Bevor wir dann eine größere Korrektur vielleicht auch nochmal hier auf dieses 1er Level sehen werden. Falls ihr aber eine genaue Kursprognose zu Solana haben wollt, dann würde ich euch empfehlen das letzte Video anzuschauen. Denn in diesem Video wollte ich euch einmal nur ganz kurz meine Top 3 Altcoins zeigen. Und kein ausführliches Video. Falls ihr ein ausführliches Video wollt, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Dann kann ich dazu natürlich auch gerne ein ausführlicheres Video hier zu XRP und Dogecoin machen. Oder zu Cardano, was sich auch viele gewünscht haben. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem kurzen und knackigen Video? Lass gerne ein Like und ein Abo da kommt gerne in meine kostenlosen Telegram-Gruppe. Dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Und bis zum nächsten Mal. Ciao.